Musik Nach der Schule habe ich eine dreijährige Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin gemacht. Man arbeitet viel praktisch dort, hat auch Schulblöcke und die Abwechslung macht halt mega viel Spaß. Ja, ich bin noch Kinderkrankenschwester, meine Ausbildung ist schon ein bisschen länger her. Ich habe auch eine dreijährige Ausbildung gemacht. Mittlerweile wird man engmaschig auf den Stationen von den Praxisanleitern betreut und in der Schule kriegt man dann viel theoretisches Wissen beigebracht. Hier bei uns im Kinderpalliativzentrum zu arbeiten und auf der Station Lichtblicke oder auch im ambulanten Bereich muss man auf jeden Fall viel Empathie mitbringen. Man muss viel akzeptieren können. Den Weg der Eltern und der Familie, finde ich, muss man akzeptieren können. Man muss die Endlichkeit des Lebens auf jeden Fall annehmen können, dass manchmal wir nur begleiten. Genau, ganz viel Humor auf jeden Fall auch ist immer ganz wichtig. Wir lachen auch viel bei der Arbeit. Empathie, genau wie du schon gesagt hast, auch ein ganz großes Thema. Und auch viel Geduld, weil manchmal dauert es halt einfach länger, das Ziel zu erreichen. Man muss auf jeden Fall Lust haben, in einem großen Team zu arbeiten, in vielen Professionen, was immer wieder sehr bereichernd ist, wie ich finde. Jeden Blickwinkel mal zu sehen. Man muss vor allem auch Spaß daran haben, sehr eng mit den Familien und mit den Kindern zu arbeiten. Also so typische Situationen gibt es eigentlich gar nicht, weil jeder Tag total unterschiedlich ist. Manchmal lachen wir ganz viel, manchmal weinen wir auch. Manchmal haben wir die Kinder alle im Schwesternzimmer stehen oder sind alle im Lebensraum zusammen. Es gibt so viele unterschiedliche Situationen und das macht halt den Job auch einfach aus, dass jeder Tag anders ist, kein Alltagstrott hier eintritt. Genau. Es gibt nicht so diesen typischen Klinikalltag. Also wir fangen zwar morgens oder zum Dienstbeginn auch an, machen eine Übergabe, eine sehr ausführliche, aber dann gucken wir halt, was die Familien brauchen, was die Kinder brauchen. Dann werden Gespräche geführt. Manchmal wird auch Diagnostik betrieben, die begleiten wir oder so wie gestern. Dann ist Kino-Nachmittag, dann sind alle im Kino und essen Popcorn. Das war auch total schön. Ja, jeder Tag ist hier anders. Was bedeutet das für uns? Also das hat positive Seiten, manchmal auch negative Seiten. Das Schöne ist, nah dran zu sein, dass man die Familien voll und ganz kennenlernt mit all ihren Facetten. Und manchmal nimmt man halt auch die Patienten und ihre Familien mit nach Hause. Nicht immer, aber manchmal ist das so. Aber das macht halt auch unsere Arbeit aus, dass wir da so nah dran sind und dann auch wahrscheinlich einfach besser mit den Familien arbeiten können. Ja, ich empfinde das manchmal auch als große Ehre, dass man so nah dran ist, dass die, gerade die Eltern sind ja überwiegend als Begleitperson da und auch die Patienten sich so öffnen, dass man ja so viel miteinander erleben kann. Ja, das ist immer wieder auch herausfordernd, aber auch sehr schön, finde ich. Das hat man selten auf anderen Stationen so, dass man so mittendrin ist. Ja, definitiv. Mir erscheinen manchmal die Probleme, die man zu Hause hat, viel kleiner auf einmal. Ärger, der da ist mit der Tochter in der Schule, dann denke ich, ja, ist doch gut, wenn sie Ärger machen kann in der Schule oder mal nicht so eine gute Note schreibt. Andere Kinder haben die Möglichkeit gar nicht. Also mich erdet das auf jeden Fall und ich kann besser mal fünf gerade sein lassen, seit ich hier arbeite. Ja, man lernt das Leben ganz anders wertzuschätzen, wie man es hat. Oft meckert man ja viel auch über Kleinigkeiten und das wird alles so relativ dann und man ist viel dankbarer für die eigene Gesundheit, für die Gesundheit der Familie. Ja, wie schon unser Motto auch einfach lautet, Leid lindern, Leben gestalten, versuchen wir halt einfach das Leben der Patienten hier lebenswert zu gestalten. Da gehört dann auch mal dazu, dass man nicht immer feste Termine hat, die auch mal individuell anpasst. Wenn es dem Kind gerade nicht so gut geht, dann lässt man auch mal was ausfallen oder wenn gerade so eine schöne Situation ist, wie wir jetzt letztens hatten, wo die Musiktherapeutin Klavier gespielt hat auf dem Flur und alle Kinder standen, saßen auf dem Flur und wir haben es allen möglich gemacht, irgendwie auf diesen Flur herauszukommen, ob jetzt mit Infusionen, mit Beatmung etc. Das wird dann einfach möglich gemacht, damit die Kinder hier am Alltag einfach teilnehmen können. Und das ist für uns als Pflegende auch ganz viel wert, dieses Zusammensein auch mal raus aus diesem Krankenhausalltag zu kommen und einfach auch mal so schöne Momente dann zu genießen. Und wir stellen uns dann auch gern mal dazu und genießen einfach die Musik. Ich finde auch immer schön, wenn man den Eltern und den Angehörigen auch mal eine Auszeit ermöglichen kann, dass die einfach mal in Ruhe einen Kaffee trinken gehen können oder abends sagen, sie gehen mal was essen oder mit den Ergotherapeuten ein bisschen Sport machen können. Einfach, dass die auch mal Luft zum Atmen haben von dem ganzen Pflegealltag, den die sonst haben und den Sorgen und so. Das kommt jeder Moment. Wir versuchen das auch manchmal mit Fotos festzuhalten und räumlich auch, finde ich, je länger die Kinder da sind, gestalten die ihre Zimmer auch so. Dann hängen immer mehr bunte Bilder von den Kunsttherapiestunden da und persönliche Gegenstände. Und das ist irgendwie schön. Jeder bringt so ein Stück eigenes mit. Es gibt uns halt, mir persönlich, auf jeden Fall meine Familie, mein Mann, meine Tochter, meine Eltern und auch Freunde, wo man einfach auch mal reden kann, die sich das alles anhören, völlig wertfrei. Und dann geht es oft auch schon wieder besser. Definitiv das Team. Ich habe noch nie in so einem empathischen, wertschätzenden Team gearbeitet. Ja, bei mir auch meine Familie, also meine Eltern, mein Hund auch, der gibt mir auch ganz viel Halt, wenn ich ihn nach der Arbeit einfach kuscheln kann. Genau, meine Freunde auch und auch das Team. Also man fühlt sich hier einfach so wohl. Das ist schon fast familiär einfach bei uns. Wir können über alles reden und es wird auch einfach mal wertfrei akzeptiert, wenn man sich beschwert oder irgendwas gerade nicht so gut läuft. Dann kann man das sagen und dann wird es auch einfach so hingenommen und akzeptiert. Und ja, man fühlt sich, also ich gehe wirklich jeden Tag gerne zur Arbeit. Ja, ich wünsche mir für das Kampagnenjahr, dass einfach die Kinderpalliativpflege und Versorgung öffentlicher wird, dass die Schwere genommen wird, dass die Leute das einfach ein bisschen offener sehen und dem entgegen gehen. Und für das Team und die Station wünsche ich mir, dass sich mehr Pflegende trauen, in dem Bereich zu arbeiten. Genau, ja, das ist einfach nicht mehr so schwer behaftet ist. Genau, und dass auch einfach mehr Pflegende sich trauen, weil es ist so eine schöne Arbeit. Und wenn man das alles hier näher kennenlernt, dann sieht man, dass es was ganz anderes ist, als man sich doch oft vorstellt darunter. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Untertitelung des ZDF, 2020